Jetzt ist mal warte, 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 es dauert noch einen Augenblick, mein OBS ist gerade abgeraucht. Ja B, ne? Ja. Geht gleich los. Wer springt denn hier nicht? Ja, so, ja, hier, ich spring nicht. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Friendly Fire, schön, dass ihr wieder da seid, mit Dalukat. Hello. Es geht extra auf einer. Tür ist auch noch einer. Alter, kommst du rein, Chris, ins Gesicht. An der Tür steht er noch an der Kiste, der steht noch an der Kiste. Loch. Loch ist down und Cutters müsste kommen, ich stehe Mitte. Cutters ist da. Ja. Der sieht dich, der sieht dich, der sieht dich. Ist mir egal. Wenn er dich sieht, kann er dich auch treffen, du Genie. Hat er aber nicht. Großartig. Ich glaube, der saft seine Glock. Alter. Ich glaube, der saft seine Glock. Vor allem Glock. Der hat aufgehoben von allem. Hä? Ach, der war gerade am Schreiben. Nee, das war unfair. 5-7. Er hat gerade was gechattelt auf seinen Smart. Front. Lang oder was? Ja. Schbleed. Schbleed. Hast du eigentlich gesehen, dass Henry zwei Sternchen hat? Let's go. Ja. Ich sehe meine immer verschwinden. Ja. Wer schießt mir denn hier in den Rücken? Ach, sie cutt hat. Er hat eine Piff. Auf kurz. Okay, ist kaputt. Pit. Pit, 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 Pit. Ja. Der Brett schon wieder. Pit, Pit. Ja, Pit, Pit. Hier haben wir noch 22 AP. Oh, die Piff nehme ich doch wohl. Ja, dann guck mal, guck mal in die Pit rein. Wenn du da piffen bist. Kurz, kurz, kurz. Der letzte ist halt noch, ja, Mitte oben, kurz. Hm, chillt ein bisschen. Geht B Cutters, der saft seine neue MP7. Ich hab jetzt endlich mal, äh, ich hab mich immer gefragt, was, wie ich meine Tastbelegung früher immer hatte, weil irgendwas war anders. Und jetzt hab ich's endlich mal geändert. Ich hatte Mouse Wheel Up of Primary, Mouse Wheel Down of Secondary. Und das war der Grund, warum ich im Kampf original, äh, immer ein Messer in der Hand hatte. Messer hab ich nämlich auf mittlere Maustaste. Und, äh, wenn wir hier so in Fight waren, hab ich immer irgendwie Waffen gewechselt und hatte ich auf einmal völlig falsche Knarre in der Hand. Dauernd. Ey, wie gesagt, das war doch früher nicht so. Moment, was hab ich denn da umgestellt? Ja, dann hatte ich die Kies anders gelegt. Gehst du wirklich dann mit dem, auf die Granaten mit der 4, 5, 6? Ja, oder doppelt, doppelt drücken, je nachdem, wo ich hin will. Wo hast, wo hast du denn deine Granaten? Ich mach alles mit dem Mausrad. Also ich hab 4, 6, 6 Granaten. Also außer die 1, 2, 3. Aber Granaten, die wähl ich ja nicht, äh, auf die Schnelle, sag ich einfach mal. Links ist noch einer lang. Ja, genau. Waren zwei auf lang? Gott, zwei. Zwei auf kurz? Bombe lieb. Alter, ich glaub, der hat mich beleidigt. Ich glaub auch. Und deine ganze Familie, würd ich vermuten. Auch? Ja, jetzt erst. Katastrophe unten. Okay. Aber es haben übrigens einige gemacht. Also Mauswheel, also die D3 Mauswheel-Richtungen als Primary, Secondary und, äh, Messer. Weißt du, ich kill 3 und ihr seid die Cheater. Ich bin enttäuscht. Woh lang? Ja. Weiß ich nicht. Wir haben ein B, ne? Okay. Können wir mal. Ah, los mal. Danke, ihr Cheater. Ja, das sind die ersten 3 Runden, man. Die werden gleich sowieso schlecht. Immer so. Ach, genau. Links. Lock. Hallo. Ich hab's alle weggemacht, ey. Ja, warum schießt ihr denn nicht auf den da hinten? Ja, weiß ich nicht. Mich hat er im Sprung 2-Headies verpasst. Dalu, sag was. Ich hab 6 AP. Äh, nur noch 50. Lenk sie schön ab. Jetzt hab ich nur noch 10. Kannst du mir deine geben? Er sitzt immer noch hinten in den Kisten. Hinten in den Kisten? Das ist frech. Oh, ne Arbe. Oh, sehr schön. Sag, wenn du raufgehst. Ich will nicht draufgehen. Wieso nicht? Lass ihn doch holen. Tu und tu. Nein, das mein ich nicht. Ich will nicht sterben. Weißt du nochmal eine Flash rein? Ich würde jetzt draufgehen. Also, ich würde ins Tor reinschauen. Sitz immer noch hinten hinter den Kisten. Auf dem Plateau. Oh, leu. Ich bin ein Killer. Du bist Ace. Report vor allem. Was eine geile Runde. Ich bin ein Killer vor allem. Wallhack, Alter. Jetzt geht's los. We will defeat the Battle of the Battle. Poste mal deinen Channel gleich rein. Dann krieg ich nur Dislikes. Fünf. Fünf. Fünf Dislikes. Uh. Was rennt der da auch mit dem Messer rum, Idiot? Kutz. Au. Kompligen. Ja, schon dabei. Alter, wieso plantet der nicht? What the fuck? Ey, heute läuft. Ich bin sehr zufrieden mit der momentanen Leistung. Halt die Klappe, ey. Das kriegt ein Glück. Erlang noch einer 16 HP. Der hat an und der hat mich gekehlt. Ich habe auch die beste Waffe dafür. Ich habe übrigens immer noch die P90 aus Runde 2. Ich wollte es doch mal sagen. Ey, wir liegen überall. Poste mal deinen Channel. Wer ist T-Base? Get ready. It is going to explode. So, äh, was machen wir? Ich habe immer noch meine P90. Es nervt mich jetzt langsam. Verkauf die doch. Verkauf die. Secondhand, ey. Hier, I-I-I-Isis. Ich habe gehört, Isis sucht Waffen. Den nehmen wir aber nur AKs. Und selbst geschustert. Einer rechts. Hex. 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 Hex! Und in der Mitte Sniper. Ich passe hinten auf, weil ich habe nur 5 HP. Also, ich bin lang. Kommt ihr mit der Bombe? Oh Gott. Das Sniper in der Mitte macht klar. Ich deck lang. Ich gehe davon aus, dass ich scout kurz, kommt einer CT. Da sind wir noch 3. Da sitzt einer auf kurz, Achtung. Lang kommt einer. Hex. Hex. Oh, eine AWP für mich. Guck mal an. Ich sehe da meinen Namen drauf. Echt? Das ist so eine weiße. Asimov. Pass auf den Farbeimer auf. Ja. Der müsste ein Damage machen. Der willst du sie haben? Ne, mach ruhig. Ja, dann B-Rush oder was? Oder wollen wir unten reingehen? AWP. Ja. Wenn du ihn jetzt getroffen hättest, ne? Das wäre zu witzig gewesen. Ich glaube, ich habe ihn gestriff, gestriff. Unten kann das einer. Kommt gerade hoch. War das der? Ja. Das war der gute von denen. Achso, das war der gute. Der gute, den sie raus holen wollen. Einer ist kurz. Oh, einer ist gerade aus oben rein. Kriegst du gerade aus oben hin? Nein. Hätten eine AWP jetzt. Da unten noch einer. Oh, Terrorbass. Da unten zwei. Alter, Wallhack. Sowieso. Woher wusste er, was die da sind? Oh, der hätte doch auch nur noch einen Schuss gehabt. Alter, Ann. Der konnte gar nicht wissen, dass ich jetzt plant. Geh nochmal auf den Weg. Wat, wo wolle? Was haben wir eigentlich gegen die beiden Bombenplätze? Da ist ja nichts drauf. Was sprengen wir eigentlich weg? Keine Ahnung. Wir wollten, dass dein Einkaufscenter errichtet werden. Wow. Jimmy. Wie viele sind denn da? Hä? Gott. Jetzt haben die das Ei. Ja, jetzt haben sie einen Bot mit dabei. Und das Ei. Sobald die einen Bot haben, heißt das eigentlich für uns, ne? Death Win. Also, Death Lose. Fiskal, was machen wir? Weiß ich nicht, ich habe eine AWP. Ich bin gerade ein bisschen scheiße. Na ja, two on three. Solltet ihr win kriegen. Mein Dalu hat eine Carbon AK. WTF, Alter, die ist ultra leicht. Oh Gott. Wo lungert da schon einer? Oh nein, da ist er, der Iron Man wieder. Ja. Wurdest du gerade weggepifft? Der ist gut damit. Ja, aber wurdest du weggepifft? Bitte verbrenne, Sackgesicht. Danke. Jetzt kommt er wieder. Das ist deiner. Nein. Piff, piff, piff. AWP Hack. Oh, der Jimmy. Das ist ein Killer. Ey, du hast doch noch die Bombe. I am blending the bomb. Ja, ey. Woher kommt Jimmy nur? Ja. Da. BOMB! Jimmy, du machst keine halben Sachen. Nee. Er ist ganz in Ruhe. Er wird ihn nochmal neu ansetzen. Blau, grün. Was? Nein. Ah, weiß. Ah. Diffused. Haben die die AWP? Du hattest ne AWP, ne? Ja, ja. Okay. Wow, Jimmy hat jetzt die Sniper. Uhuhu. Jetzt. Ja, wir könnten nochmal ein B-Rush versuchen. Also, wenn wir komplett auf B draufgehen. Ich weiß nicht, ob der Iron Man ist allang, oder? Let's go, my brothers. Also, der Dinko und, äh, ja, Hortoman, die müssten auf B sein. Flashback. Flashback. Hopp. Der Dinko und Jimmy, ne? Der Dinko und Jimmy sind's, alles klar. Schön. Der war gut. Rechts, rechts steht er hinter der Kiste. Ah, unten Cutters. Genau da, da wo du hingeguckt hast. Da links hab ich ihn unten Cutters, hat Henry grad gesagt. Ja, auch. Sind noch einige am Leben. Ja, aber guck, warum guckst du denn weg, ey? War nur noch einer. Ich dachte, da kommt was von unten. Ja, aber er war doch da. Da muss, kannst du ja auch nicht durch die Wand gucken. Oder etwa doch. Oder etwa doch, genau. Welche Wände? Oh, die Dinko. Der Bot, die Dinko. Wie um die Ecke springen die hier im Hiddy. Das war sehr komisch. Aber die, naja, der ist bei SK, ne? Ja, auch das. Wie gesagt, der eine ist bei Ottomans. Wollen wir mal warten? Okay. Wieso gehen wir eigentlich nicht abends los? Da sehen die uns doch viel schlecht. Ich trage jetzt, warum sind hier keine Zivilisten? Ich meine, das ist doch völlig useless, hier eine Bombe zu planten ohne Zivilisten. Die haben wir alle evakuiert vorher. Wir müssen ja keine Unschuldigen tun. Aber nur unser Kopftuch spazieren tragen ist auch doof. Ich hör was. Bitte. Zwei. Das ist doch, ey, das ist doch Ottomans. Ja. Ja, äh, wo waren die? Oh. 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 Oh, ja. Oh. Dann heißt ja hier das, äh, Ioman. Ne. Wer ist denn auf Alang dann? Keiner, Mann. Jimmy! Hinter uns. Was ist da los? Komm, lass mal zur... Da ist Jimmy. Dann lass uns B gehen. Ja, okay. Ich lenke ihn ab hier. Ja. Ja. Ja, über T, ja. Wer lebt denn noch? Jimmy und Ion, Mann. Das sind doch, das ist doch das B-Team, oder nicht? Das ist das SK-B-Team, ja. Okay, ich glaube, ihr habt, äh, den Sniper auf B. Ja, an der Tür. Habe ich. Lege hin den Shit. Oh, der andere kommt Cedion, ich lad grad nach. Ne, er kommt kurz. Ah, er hat nen Leck. Also, ein Bein. Sonst hätte er auch nicht gehabt. Ah, er hat nen Bein. Wenn er jetzt mitte rauskommt, verfolge ich ihn. Er kommt mitte raus. Ne, geht grad her. Ey, der hat das. Ich geh hinterher. Wenn du ein Messer hast, kriegst du nen Euro. Sicher? Ein Zehner für'n Knife-Kill. Go, go. Pisser. Was ist denn jetzt mit deinem Messer? Was macht der hier? Jimmy. 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 Da ist dein Zehner. Geht's nicht. Geht's nicht. Jimmy. Jimmy. Bei unserem ersten Treffen gibt's nen Zehner. Sau gut. Wohin? Aber was waren das bitteschön für Steps auf der T-Seite? Ich weiß es auch nicht. Keine Ahnung. Du hast die auch gehört, oder? Ja, ich hab die auch gehört. Ey, ich hab die ganze Zeit hingeguckt, ob noch einer lebt von denen. So, what? Komm, die jetzt her. Vielleicht kommt wieder hier, Achtung, Ottomans kommt. Stimmt. Der ist sehr ungeduldig. Oh, der ist hier schon Smoke. Okay, kann er von mir aus durchkommen? Oh, der hat nen Smokehack. Kann ich auch sein. Ein kurzes Offensiv jetzt. Der steht schon recht an der Ecke. Au, er ist oben. Mitte oben. Was? Ey, Gott. Zwei Schüsse. Beide treffen. Die Base. Der Bot. Oh. Okay, nur noch den Sniper. Und Otto. Otto? Finde ich gut. Hilfe. B kann das unten. B kann das unten. B kann das unten. Er ist jetzt wieder zurückgerannt hinter der Kiste. Lädt er nach. Ja, er ist jetzt wieder ready. Da ist er wieder. Ich kann das auf A gehen. Ich nehme das A mit. Man passt auf Ottomans auf. Es lebt noch ein anderer. Ja. Da ist da eine Runde heute. All in. Was? Ja. Ja, ich hab direkt nen Handy gekriegt. Jetzt schreibt er was, weil er jetzt richtig abgegangen ist. Ihr Noobs. Ja, ich hab direkt. Das ist richtig gut immer. Ja. Ich muss auch sparen. Dann sparen wir mal. Ja, zu spät. Okay. Eine Shotgun ist drin. Das ist die Zettel drin. Okay. Wollen wir Cutters warten? Ja, lass mal. Ja, die Rushen ja doch schon immer die Mitte hoch. Wir könnten schon irgendwie wieder einen abfangen. Cutters kommt. Also B ist offensiv, glaube ich. Der ist schon am Eingang. Der kommt. B ist Cutters drin. Was war der Brot? Okay, raus. 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 Geht B, ich mach Cutters. Lauf doch. Bleib doch nicht stehen. Ich wollte nicht durch dein Feuer durchlaufen. Das ist gedeckt. Ich bin Cutters. CT-Base rechts. Oh, wie er reingeguckt hat. Jimmy hat genau in den Lauf geguckt. Hä? Maple? Die Maple-Cut, ja. Autosniper gegen Shotgun. Otto. 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 Boah. Boah. Super. Das Aim-Hack, ey. So, was machen wir? Das nochmal B kann das warten. Also wenn wir hoffen, weil der Bot, der rusht ja immer. Die geben dem ja nicht den Befehl zum Warten. Ich kann das übrigens auch nicht. Aber wenn er jetzt nochmal auf B geht, der Bot, dann ist das für uns immer ganz gut. Das war unfair, aber die haben ihn ja gekickt. Schön. Da haben wir den Bot wieder. Ah, kurz kommt. Bring dich mal wieder auf die Kiste hier unten. Hier ist gerade Feuer. Dill. Was? Hier auf die Kiste. Auf die Ecke. Ja. So, wie er dich hinsetzt. Nein, ach, du sollst mich hier hochboosten. Machen wir beim nächsten Mal. Zeig ich dir dann. Achtung, er kommt schon. Der Otto. Okay, der kommt zwei. Immer schön gedruckt bleiben. T-Base, T-Base, T-Base. Guck du T-Base, ich mach BK das unten. Ja. Tot. Kommt eine Granate. Ich hau ab. Ich hau ab. Einer noch. Okay, die Dinko. Lass uns auf A gehen. Hier sind viele Leute gestorben heute. Zu viele. Das war nicht unbedingt nötig. Er ist Mitte. Los, wir laufen. Eine rote Sonne geht auf. Heute Nacht ist das Blut vergossen worden. Ich hatte nur noch drei HP oder so. Der kommt kurz. Ich bin mir nicht sicher, ob die Pump die optimale Waffe ist für das Szenario. Ich bin mir nicht sicher. Oh! 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 Das geht dann! Ah, dann geht das. Schönes Ding. Die Pump ist immer gut. Ja. Long Range Pump ey. Ein Bot, ja klar. Was machen wir? Wir müssen den Bot wieder abfangen. Der rusht ja immer rein, der kommt schon hier in Mitte hoch oder so. Alang offensiv. Er kommt, er ist schon im Switcher. Hier ist er. Das ist nicht der Bot. Otto Mann! Er hat einen mitgenommen, der Sack. War nicht der Bot. Ne, aber so ähnlich. Er hat halt nen Namen gehabt. Alang ist noch einer. Kurz ist ne Smoke geflogen. Ja, er kommt. Alang kommt. Ich schau mal Terror Base. T-Base ist nix. Der Linker. Ich mach kurz ne Bram. Lang. Lang ist los. Achto Mann. Zweite Runde. Lass uns auf A gehen, einer ist noch Mitte. Ich bleib hier stehen, falls der Akkurz kommt. Ja, ich bin... Vielleicht kann ich mich auch wieder hinterher schleichen. Noch einer lang. Mitte kommt. Ich schleich mich an. Es ist der Iron Man. Es ist der Iron Man. Hallo. Alang Letzte. Hallo? Er meldt dich bald, ja? Ich steh auf, ich steh auf Terrorschräge. Jimmy kommt da. Kommt er her. Switcher. Switcher along. Ist jetzt Richtung Mitte. Ach, hier ist er nicht. Ich hab doch gesagt Richtung Mitte. Grenade. Komm her Jimmy. Oh, Otto Mann möchte gekickt werden. Er hat keinen Bock mehr mit den Noobs zu spielen. Und? Vielleicht ist er doch lang? Jimmy gibt auf! Er saved irgendwas. USP. Diese CZ. Kevlar. Jimmy hat aber sieben Items gekauft, also der ist teuer unterwegs, Mann. Oh. Shit meine Rolex, shit meine Rolex. Was? Ich muss die saveen. So, wir gehen jetzt an. Warten wir auf den Bot. Ja, B Cutter Bot Rush. Wait for it. Der B Cutters Bot Wait. Bot Wait. Musst du nicht schleichen, der Bot kommt auch so. Boten Wait. Was? 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 Der Io Mann. Io Mann. Da ist er. Ich flash kurz, also damit ich hier wieder rauskomme. Flashback. Ob ich noch ein TBS. Oben auf kurz steht einer. Scheiße. Ich hab dich verteidigt. Ich hab dich gerade voll geblüht. Terror Base. Kommt drauf irgendwas, oder? Nö, bin ich. Wo bleibt der Bot, Mann? Da kommt er, glaube ich. Schön. Otto Mann. Otto Mann, super. Otto Mann. Er hat sich den Bot geschnappt. Der kommt nochmal. Second Life. Der kommt wirklich nochmal. Der Iron Man ist gut, ey. Der scheiß Piff hat. Shit, links. Oh, er kriegt Vendetta. Richtig Vendetta, ja. Die kommen jetzt hoch. Jetzt wieder oben. Nö. Der hat doch... Doch. Zwei Heats an der Willkommen. 31 hat er noch. Im Tor. Super. Ach, jeck. Hab ich am Arsch. Ja, da die Zeit. Wir müssen nach Hause, Leute. Der Flieger wartet. Ja, nächste Folge geht es weiter. Vergesst nicht unsere beiden wunderschönen Kanäle zu abonnieren. Äh, Beschreibung, da findet ihr die Links. Bis dahin, tschüss. 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 Tschüss.